Zum einen meine ich, dass man strafrechtlich dagegen vorgehen kann, denn was wir hier erleben, ist nichts anderes wie Volksverhetzung. Wenn mit völlig falschen Tatsachen hier versucht wird, Vergleiche herzustellen, wenn man hergeht und sogenannten Judenstern sich ans Revier heftet, um damit zu demonstrieren, da muss man doch ganz klar sagen, dass das völlig abscheuliche Vergleiche sind, die keiner ernsthaften Überlegung und Nachforschung standhalten. Wenn man sich hinstellt und sich mit Sophie Scholl vergleicht, die ihr Leben, mit ihrem Leben bezahlen musste, wenn man hergeht, sich mit Anne Frank vergleicht, nur weil man angeblich seine Meinung nicht offen sagen kann, Anne Frank musste sich verstecken, das ist richtig, aber Anne Frank wurde deportiert und sie wurde ermordet. Und das sind Vergleiche, die in keiner Weise, in keiner Weise mehr statthaft sind. Und ich meine, dass wir das, was wir hier erleben, nichts anderes ist wie Volksverhetzung. Und hier geht es einfach darum, die Werkzeuge, die wir haben, die Werkzeuge, die die Justiz hat, auch tatsächlich ernsthaft anzuwenden.